Ich habe euch gestorben. Ja. Das ist hässlich. Was sagst du zu einem Kreis? Ich denke, wir haben sich erst mal gemüht. Ist ja wirklich einfach. Das ist ein Freundschaftspiel. Wenn ihr die Mannschaft etwas zeigen möchtet. Der kleine, sehr kleine, wie im Gegner sein ist, aber ganz gefährlich gemacht. Mit einer anfälligen Aktion in Schmaler-Riebe. Mit einer fälliger. Der Torhüter 1. Den haben wir jetzt mit für die zweite Mannschaft dazugenommen. Der hat den Ausführer von Meier als dritter Torhüter mit dabei. Der bringt alle Masen mit. Der studiert hier. Richtig. Und wir werden sehen, da ist bei uns in dem Kreiswein mit dabei. Wie er sich entwickelt. Die werden morgen noch machen. Das war 11-11. Und dann werden wir schauen. Was wir machen. Als Rezentspieler sowieso nicht. Auf der Fluss der Zweier. Nein. Wir haben noch keinen Spieler mehr. Deshalb ist es nur möglich, alle Spieler zu spielen. Und da muss man sehen, ob er zu den Konditionen, wenn das so ist. Wir haben wohl nicht gesprochen. Weil ich denke, weil die Jungs sind als mal freundlich. Und dabei sind, dass wir mit dem Gespräch mit Neujahrig sein können. Und wenn vielleicht der sportliche Ehrgeiz vor Ort hat, und sie die Konditionen akzeptieren können, dann muss man mal schauen. Die Kirche fängt auf die Zielgeräte an, dann geht's auf. Wconfidence Ja! Ja! Das ist so geil, Sie sind zumal. Das ist so geil. Wo bist denn du jetzt? In Jena. Du fährst die Autobahn bis zur Naumburger Abfahrt. Jawohl, du fährst bis zur Naumburger Abfahrt. Und da steht schon ein Deutsch dran. Da steht ein Deutsch dran. Jawohl, das ist das Beste. Hat gerade angefangen. Sehr gut, Sanna. Na, na. Gut, schau. Gut. 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 Ich bin 20 Jahre alt. Das ist so alt. Ich bin 20 Jahre alt. Ich denke, mach das noch? Ja, ich bin 20 Jahre alt. Das ist schlecht. Die Spieler müssen wir echt gewinnen. Ich schmeiße die noch mal. 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 Die Sprung, oder? Zuid-Meihe. Zuid-Meihe? Meidsprung. Meidsprung. Meidsprung, oder? Oh! 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 Das ist richtig, das rein. Das rein, haben die so groß gemacht. Das ist die Hauge. Das ist unter Tübe, guck, du. Sehe. Das ist also ein Sinn, ne? Das ist ... Jetzt kann ich denken, heute. Alles klar? Ich denke mal. Ich denke mal. Ja. Danke.